jo meine freunde servus ich bin es wieder euer blogger und wenn das video kommt dann bin ich schon lange wahrscheinlich wieder im praktikum oder wo auch immer das ist nämlich vorproduziert heute gibt es wieder einmal ein gitarren video ich habe mir da wieder mal ein bisschen eine melodie überlegt nicht wundern falls ihr im hintergrund mal ein bisschen was rauschen hört hier läuft die xbox weil hier gerade was eine konstruktion aufgebaut ist und hier ist ein computer da wird dann später das video geschnitten und ja wir machen heute getan intro ich weiß nur noch nicht ganz aus was für einer perspektive jetzt praktisches gleich filmen werde aber ja und nicht wundern dass auch im zimmer hier ein bisschen ausschaut aber das liegt einfach daran da im momentan nebenbei immer wieder aufräumen ich habe gerade ein bisschen sauber gemacht später muss ich noch staubsaugen hier drinnen aber der staubsauger ist ja der ist oben und den kann ich aber alleine nicht runter tragen und deswegen ja muss ich das später machen gut da husten ist immer noch nicht besser aber gut gut dann würde ich sagen ganz viel spaß beim gitarren video und bis später so und Amen. Amen. Ja, meine Freunde, das war es mit dem kleinen aber feinen getaute Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst euch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es noch auf meinem Kanal ist, könnt ihr euch gerne abonnieren. Ich würde mich freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Servus, Habitere, euer Blogger. Ciao, bis zum nächsten Mal.